Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beginne ich mal das Video. Warum fragt ihr euch? Na ganz klar. Wir machen heute etwas Schönes mit Santiago. Wir fahren durch Berlin, sag ich einfach mal. Und wie wir durch Berlin fahren, das erfahrt ihr gleich. Unser Chauffeur kommt gleich. Bis gleich. Aber es ist ganz angenehm, dass es nicht so kalt ist heute. Und auch nicht so ein blöder kalter Wind. Und vor allem, dass es nicht nass ist. Dieses Fizzeln ist ja immer ruhig. So, schauen wir doch mal was passiert heute hier. What's going on in Berlin? Ganz schön was los auf den Straßen in Berlin. Manche Leute gucken, das ist so komisch, ne? Double take. Wieder mal heißt das sauberwort. Geduld. Ach du liebe es, das ist ja nicht mir. Was ist jetzt los da? Explosier. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich mach das mal so hier. Aha. Ja, hallo, hallo. Was denn jetzt passiert? Was denn jetzt passiert? Ja, überrasche mir das bitte. Ich hab was Schlimmes gemacht. Hallo. Da komm ich nicht. Ein Rump muss leider ein Rump kommen. Das haben wir ja lange nicht gehabt. Ich hab aber sicherheitshalber meine Maske. Ganz schön. Mein Lieber. Danke mal. Hallo. Hallo. Ach ja. Sehr schön. Ja, ne? Sehr schön. Sehr schön. Ja, ne? Sehr schön. Ja. 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 In der Limousine. Und mein Lied läuft. Wir sind hier in einer Limousine. Wir sind überrascht worden. Irgendwie wurden wir heute abgeholt von den beiden Verrückten hier. Die haben uns abgeholt und haben nicht gesagt, wie wir aussehen hier. Völlig privat, von der Probe auf den roten Teppich. Genau, wir hätten uns ja dann hübsch gemacht, wenn wir gewusst hätten. Aber wir haben hier eine schöne, eine geile Idee. Dankeschön. Vielen Dank für diese großartige Überraschung. So, gestärkt? Jetzt habe ich eine kleine Unterlage. Jetzt können wir noch ein bisschen weitermachen. Jetzt geht's weiter. Bis gleich. Hi. Hi. Na? Na? So, dann kommen wir mit. Und rechts. Und rechts. Wow. Okay. Hallo. Dann kommen wir mit. Ja. Dann steigen Sie mal ein. Einmal rein. Einmal rein. Einmal rein. So, Santi, was geht jetzt hier ab? Ja, aber es geht jetzt hier ab. Wir wollen noch eine schöne Aufnahme machen mit dem tollen, mit der Stretchlimo hier. Mal gucken, ob das klappt. Es ist ja schon ein bisschen dunkel, aber das macht sich mit dem Licht natürlich sehr gut. Guck mal. Also, wir schauen mal, ja? Also, wir schauen mal, ja? Also, wir schauen mal, ja? Wir sehen uns beim nächsten Mal. So Leute, das war's. Eine wunderbare Fahrt mit der Strip-Schlimousine durch Berlin mit den Chauffeurdiensten Haber. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschau.